Ab welchem Alter sollte ich Babygläschen zufüttern? Die Auswahl an Babygläschen scheint ja enormes Jö, daher stehen viele Eltern ahnungslos vor dem Regal und wissen erstmal nicht, welches Babygläschen denn jetzt das Richtige ist, was kosten Babygläschen? Je nach Menge kostet die Glaskost für das Baby zwischen 1 und 2 Euro. Natürlich unterscheidet sich die Preise zwischen Apotheken, Discounter oder Supermärkten. Doch im Durchschnitt liegen die Preise der Babymilchhersteller in dieser Preisspanne. Welche Hersteller von Babygläschen gibt es? Einer der wohl bekanntesten Babynahrunghersteller ist Hip-Bio-Baby-Nahrung. Weiters gibt es auch Hersteller wie Alit, DM Babylove, Holle oder Humana. Wo kann ich Babygläschen kaufen? Babygläschen kannst du im Supermarkt. Kaufhäusern, Apotheken, in der Drogerie und Online-Shops kaufen. Unseren Recherchen zufolge werden über diese Supermärkte die meisten Babygläschen verkauft. Welche Alternative gibt es zu Babygläschen und wie kann ich sie selber machen? Es gibt eigentlich nur eine Alternative zum Babygläschen. Selber kochen. Wenn du dich dafür entscheidest, die Babynahrung selber zu kochen, solltest du ein paar wichtige Punkte beachten. Welche wird dir nachfolgend aufzählen? Was zeichnet Obst- und Gemüsebabygläschen aus und was sind die Vor- und Nachteile? Gemüsegläschen eignen sich ideal für ein Baby im Alter von 4 bis 6 Monaten. Früchtegläschen hingegen bieten sich gut als Nachspeise oder Zwischenmahlzeit an. Was zeichnet Milch- und Getreidegläschen aus und was sind die Vor- und Nachteile? Die Kombination von Milch und Getreide ist ein toller Nährstofflieferant für das Baby. Den Milch- und Getreidegläschen werden oft Zuckerarten wie Traubenzucker, Fruchtzucker, Milchzucker oder Maltodextrin beigefügt. Dies ist einerseits ein Nachteil, kann aber auch von Vorteil sein, da der Traubenzucker schnell als Energielieferant zur Verfügung steht. Was zeichnet Gemüse plus Fleisch-Fischbabygläschen aus und was sind die Vor- und Nachteile? Gemüse plus Fleisch-Fischbabygläschen haben den Vorteil, dass sie eine höhere Menge an Eiweiß aufweisen und so dein Baby besser sättigen. Der Nachteil ist, dass es die Verdauung deines Babys stören kann. Wie kann ich Babygläschen erwärmen? Wenn du das Babygläschen in der Mikrowelle erwärmen möchtest, achte darauf den Deckel abzunehmen und mit einem kleinen Porzellanteller abzudecken. Erwärme das Gläschen mit 360 Watt für ca. 60 Sekunden. Die Dauer kann von Mikrowelle zu Mikrowelle unterschiedlich sein. Wie kann ich Babygläschen warm halten? Wenn du dein Babygläschen für unterwegs warm halten möchtest, solltest du dies auf keine Fall vorher öffnen und aufwärmen, da sich sonst schädliche Keime entwickeln können. Wie lange ist ein offenes Babygläschen haltbar? Ein offenes Babygläschen ist im Kühlschrank für 1 bis 2 Tage haltbar. Aufgewärmte Babygläschen solltest du sowieso nie wiederverwenden, da schädliche Bakterien sich bilden können und den empfindlichen Organismus des Babys stören können. Kann ich Babygläschen einfrieren? Durch das Einfrieren von Babygläschen machst du die Babynahrung haltbar und frisch und du kannst sie problemlos ohne Qualitätsverlust wiederverwenden. Wichtig ist jedoch, dass du die Babygläschen mit Sorgfalt und Hygiene behandelst, so dass keine wichtigen Nährstoffe verloren gehen. Wie kann ich Babygläschen wiederverwenden? Vielleicht gehörst du auch zu den Müttern, die zu Hause viele kleine leere Babygläschen stehen haben und einfach nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Was gilt es bei Flügen mit Babygläschen zu beachten? Viele Eltern fragen sich vor dem Urlaubsentritt, welche Dinge in welcher Menge doch jetzt wirklich ins Handgepäck dürfen. Grundsätzlich gilt beim Handgepäck die 100ml Mengenbeschränkung. Doch Eltern können aufatmen. Wie muss ich Babygläschen entsorgen? Beim Entsorgen von Babygläschen solltest du darauf achten, dass sie im löffelsauberen Zustand ausgewaschen wurden.